Hallihallo, willkommen zurück bei den Buchhaltungsvideos. Die letzten Videos waren praktische Beispiele, wie man eine Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung verbucht, mit Warenrücksendung etc. Aber interessanterweise gibt es offensichtlich die größten Probleme beim Bankkonto. Auf unserer Wirtschaftsseite haben wir verschiedene praktische Buchungsbeispiele aufgebaut und die Seite mit den meisten Aufrufen betrifft in Wirklichkeit die Bank. Daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein Video über das Bankkonto zu machen. Schauen wir uns das Bankkonto einmal in Ruhe an. Wir haben die Bilanz und in der Bilanz finden wir die Bank im Soll. Sie kann natürlich im Haben sein, wenn man einen negativen Stand hat, aber in den Schulbeispielen wird meist die Bank als aktives Bestandskonto gelistet, weil es ja vor allem darum geht, Soll und Haben besser zu verstehen. Und daher übernehmen wir das hier auch. Wenn wir die verschiedenen Situationen besprechen, schauen wir uns die Bestandskonten an. Aktives Bestandskonto, Beispiel Bank und Kassa zum Beispiel, oder auch Lieferforderungen. Und was wir uns merken müssen, der Anfangsbestand von der Bilanz, den gibt es immer im Soll und wenn auf das Bankkonto eingezahlt wird, wenn es also mehr wird, gibt es eine Sollbuchung der Bank und wenn man etwas zahlt, ist es eine Verminderung, dann gibt es eine Habenbuchung. Und wenn man das Rüstzeug verinnerlicht hat, dann sollte es eigentlich gar nicht so schwierig sein. Gehen wir also zum ersten Geschäftsfall und sagen 3. Jänner zum Beispiel. Und da nehmen wir was? Da nehmen wir eine Abhebung vom Bankkonto mit 10.000 Euro. Was gibt es hier zu überlegen? Wir haben auf der einen Seite das Bankkonto und auf der anderen Seite die Information der Abhebung. Was heißt Abhebung? Dass das Geld in die Kassa geht. Also zum Beispiel bei einem Handelsunternehmen, das mit einer Kassa arbeitet. Was man uns überlegen muss ist, was passiert mit dem Bankkonto, was passiert mit dem Kassakonto. Denn der Buchungssatz ist eigentlich sehr einfach und hat aber trotzdem einige Fallen und einige, vor allem am Beginn der Ausbildung, wenn man die ersten Buchungssätze bilden muss, haben Schwierigkeiten, was muss ich jetzt ins Soll geben, was ins Haben. Die Überlegung ist aber relativ einfach. Wenn ich sage Abheben vom Bankkonto, dann bedeutet das, dass Geld aus der Bank hinaus geht. Und wenn ich eine Abhebung habe, kann es nur die Kassa sein. Wenn man sich das also noch einmal verinnerlicht, die Bank zahlt Geld aus, es wird also auf dem Bankkonto weniger. Ist eine Verminderung, daher kann die Bank nur im Haben stehen. Also kann ich schon hier schreiben, Bank 10.000 Euro. Und Abhebung bedeutet Kassa 10.000 Euro. So, und damit habe ich den Buchungssatz auch schon gelöst und ich kann im Bankkonto eintragen. Dritter Erster, kann man es wahrschreiben, ist egal. Gegenkonto Kassa und im Haben 10.000 Euro. Na, mag er nicht. Wieso mag er nicht. So, jetzt passt es. Und das Kassakonto, das schenken wir uns jetzt, weil es in diesem Video wirklich nur um das Verständnis des Bankkontos gehen soll. Jetzt gibt es natürlich das Problem, dass wenn man eine Abhebung macht, wird das immer am gleichen Tag gebucht. Wenn man eine Einzahlung macht, ist das nicht immer der Fall. Und aus diesem Grund, weil es auch für die Abrechnung zum Beispiel zum Monatsende ein Problem sein kann, gibt es ein Zwischenkonto. Bevor wir uns das aber anschauen, schauen wir uns die Bankeinzahlung an. Dann machen wir, löschen wir das und das auch. Das Gegenteil, sagen wir Vierter Erster Einzahlung auf das Bankkonto 5000 Euro. Wir haben die gleiche Situation. Es gibt eine Einzahlung. Die Einzahlung kann nur von der Kassa kommen. Es kann natürlich auch eine Privateinzahlung sein. Dann müsste aber ein Hinweis auf das Privatkonto gegeben sein. Wir wollen es jetzt aber nicht zu kompliziert machen. Eine Einzahlung heißt, von der Kassa kommt Geld. Da ist die Tageslosung abgerechnet worden. Und damit nicht zu viel Geld in der Kassa ist, gibt man das Geld auf das Bankkonto. Und vielleicht braucht man das Geld auch dringend schon. Also, bei der Kassa geht das Geld raus. Wir schauen noch ein weiteres Mal zum aktiven Bestandskonto. Wenn es bei der Kassa rausgeht, kann die Kassa nur im Haben stehen. Vorher war es eine Vermehrung, da stand die Kassa im Soll. Es dreht sich also praktisch der Buchungsatz einfach nur um. Bank mit 10.000 Euro. Nein, 5.000 haben wir diesmal. Und Kassa 5.000 Euro. Buchungssatz ist gelöst. Wir tragen ein 0401. Wieder gegen die Kassa. Diesmal geht aber das Geld auf das Bankkonto. Das sind die beiden typischen Situationen. Man hätte hier auch noch einen Text schreiben können. Bankauszahlung. Bankeinzahlung. Und wenn man sich das genau überlegt, ist das nicht so schwierig. Weil, wenn ich jetzt von der Kassa Geld auf das Bankkonto zahle, habe ich dann mehr Geld in der Kassa? Ja oder nein? Nein, ich habe weniger Geld. Also kann die Kassa nur im Haben stehen. Jetzt habe ich vorhin erwähnt, dass es auch ein Zwischenkonto geben kann. Und das wird in einer zweiten Ebene immer beigebracht, weil, wenn man zum Beispiel am 30. April auf das Bankkonto einzahlt, dann ist es bei der Bank oft so, dass erst am nächsten Werktag dieser Betrag am Konto wirklich gut geschrieben wird. Das heißt, es gibt eine Differenz von normalerweise einem Tag. Und das kann ein Problem sein, weil wenn ich jetzt die Buchhaltung vom April mache, dann ist dieser Betrag am Bankkonto noch nicht zu sehen. Ich habe aber die Auszahlung bei der Kassa. Das heißt, ich habe eine gewisse Unregelmäßigkeit. Und um das zu verhindern, gibt es ein Zwischenkonto, das heißt Barverkehr mit Banken. Das schaut so aus, dass man nicht diesen Buchungssatz hier wählt, sondern man nimmt ein Zwischenkonto, Barverkehr mit Banken, 5000. Und damit passt es bei der Kassa. Auf der Bank ist es noch nicht gebucht. Macht nichts, weil ich habe es auf diesem Zwischenkonto. Wenn dann die Gutschrift von der Bank erfolgt, dann kommt die Gegenbuchung. Bank 5000. Ah, jetzt habe ich mich vertippt. So gehört es. Barverkehr mit Banken, 5000. Und das Konto Barverkehr mit Banken hebt sich auf. Es ist einmal im Soll, einmal im Haben. Das ist erledigt. Und auf der Bank ist es dann wieder. Aber es kann sein, dass zum Beispiel am 4.1. haben wir die Zahlung gemacht. Und am 5.1. wird es gebucht, zum Beispiel. Das heißt, Barverkehr mit Banken löst diese Verzögerung auf. Und erst wenn es dann wirklich am Bankkonto steht, dann gilt es. Also wenn man das kurz zusammenfasst, weil das wirklich eine Situation ist, wo sehr viele unsicher sind. Die Bankeinzahlung ist immer Bank an Kassa. Und die Bankauszahlung ist Kassa an Bank. Und dazwischen, je nachdem, wie weit man jetzt im Stoff ist bei der Schule oder wie weit man jetzt die Buchhaltung sich schon verinnerlicht hat, wenn man es zum Beispiel selbst bucht, als Einzelunternehmer zum Beispiel, dann kommt das Zwischenkonto Barverkehr mit Banken noch zum Einsatz. Und das sind die zwei typischen Situationen, wo es immer wieder Unsicherheiten wegen Soll und Haben geht. Andere Situation, die haben wir bei den Rechnungen schon gehabt. Kunde XY zahlt Ausgangsrechnung 5 mit 15.000 Euro. Kunde ist Lieferforderungen. Das haben wir bei den Ausgangsrechnungen schon besprochen. Und wir werden uns da jetzt nicht aufs Konto und Warenrücksendung oder so konzentrieren, weil das war Thema bei den Rechnungen. Wir schauen uns jetzt an, was passiert mit dem Bankkonto. Weil auch hier gibt es immer wieder Irritationen. Was passiert jetzt? Wir wissen, der Kunde ist Lieferforderungen. Es könnte auch ein eigenes Kundenkonto sein. Das kommt aber erst immer später, wenn diese Situationen verinnerlicht sind. Und das Gegenkonto ist das Bankkonto. Wobei man hätte es besser formulieren können, zahlt nicht, sondern überweist den Betrag. Aber für uns ist es ohnehin klar, weil wir ja mit dem Bankkonto arbeiten wollen. Das heißt, wenn wir das kurz noch anschauen, aktives Bestandskonto, das sind die Lieferforderungen. Wenn es mehr wird, ihm soll. Wenn es weniger, wird ihm haben. Ist das gleich wie bei Bank und Kassa. Der Kunde zahlt, seine Schulden werden also weniger. Also Lieferforderungen mit 15.000 Euro. Dann kann ich sagen, na gut, dann habe ich nur mehr eine Seite frei, nämlich Bank mit 15.000 Euro. Das ist auch richtig so. Aber man soll die Überlegung auch verstehen. Der Kunde zahlt auf das Bankkonto ein. Er überweist. Und damit wird es am Bankkonto mehr. Also können wir eintragen. 7.1. Gegen Lieferforderungen. Grunde XY könnte man schreiben. Und 15.000. Und damit ist diese Situation auch geklärt. Und wir sehen, wenn es eine Auszahlung gibt, haben. Wenn es eine Einzahlung gibt, im Soll. 11. Jänner. Wir überweisen an Lieferant ZZ mit, nehmen wir, 8.000 Euro. Ein Lieferant sind Lieferverbindlichkeiten. Das heißt, wir haben Schulden beim Lieferanten. Er hat uns schon die Ware geschickt. Aber wir haben die Rechnung noch nicht gezahlt. Wenn wir jetzt mit dem Bankkonto zahlen und überweisen, ist ein Hinweis auf das Bankkonto. Wird es mehr oder weniger auf der Bank? Es wird natürlich weniger. Wir zahlen ja aus. Das heißt, es dreht sich in Wirklichkeit um. Lieferverbindlichkeiten mit 8.000 Euro an Bank mit 8.000 Euro. Überprüfen wir das kurz, weil wir vorher nur die aktiven Bestandskonten gehabt haben. Passives Bestandskonto. Lieferverbindlichkeiten sind Schulden. Wenn der Lieferant Waren zustellt, bekommen wir eine Rechnung und haben mehr Schulden. Wenn wir die Rechnung zahlen, gibt es eine Verminderung. Wir haben weniger Schulden. Und Lieferverbindlichkeiten muss im Soll stehen. Wir überprüfen. Lieferverbindlichkeiten steht im Soll. Das heißt, 11.01. Lieferverbindlichkeiten. Lieferant ZZ von mir aus mit 8.000 Euro. Und so zeigt sich nach ein paar Geschäftsfällen, dass es auf dem Bankkonto ziemlich hin und her geht. Mal kommt ein Geld rein, mal geht ein Geld hinaus. Und daher ist das Bankkonto die absolute finanzielle Schnittstelle. Große Unternehmen haben verschiedene Bankkonten, ist klar. Aber das System ist immer das gleiche. Und wir schauen uns jetzt ein paar alltägliche Dinge noch an. Zum Beispiel wird über die Bankkonten, zum Beispiel wird über die Bank auch die Miete abgeglichen. Das bedeutet, meistens zahlt man einmal im Monat und in vielen Fällen wird sogar ein Dauerauftrag eingerichtet. Wir gehen davon aus, dass wir uns ein wenig Zeit gelassen haben und am 13.01. Überweisung der monatlichen Miete mit, was nehmen wir, 7.500 Euro. In dem Fall haben wir nicht mehr ein Bestandskonto wie die Schulden des Kunden, Lieferforderungen oder die Schulden beim Lieferanten, Lieferverbindlichkeiten. Aber wir haben wieder die Überlegung, wir überweisen die Miete. Wenn wir überweisen, dann geht Geld bei der Bank raus. Das heißt, die Bank kann gleich im Haben bleiben. Wir ändern den Betrag. Und im Soll ist der Mietaufwand mit 7.500 Euro. Der Mietaufwand, wenn wir in die Bilanz schauen, werden wir ihn hier nicht finden. Der wäre zum Beispiel wie Versicherungsaufwand, BKW-Aufwand, ein Konto vom Gewinn- und Verlustkonto. Das heißt, ein Erfolgskonto. Die Erfolgskonten teilen sich in Aufwand und Ertrag. Wir haben einen Aufwand, wir müssen die Miete zahlen, dass wir das Geschäftslokal betreiben dürfen. Und beim Aufwandskonto gibt es fast immer nur eine Sollbuchung. Es kann natürlich sein, dass es eine Gegenbuchung gibt, aber meistens kann man sich merken, Aufwandskonto ist im Soll. Mietaufwand ist ein Aufwandskonto, ist im Soll, passt. Das heißt, wir haben den 13. Jänner. Mietaufwand. Da kann man sagen, Miete. Jänner. Und wir zahlen 7.500. Und schon wieder ist ein Geld weg. Es kann aber auch umgekehrt sein. Machen wir den 15. Jänner. Eingang der Mietprovision auf das Bankkonto. Das kann zum Beispiel sein, wenn man eine Immobilie vermittelt hat oder es kann sein, wenn man es selber vermietet. Provision ist dann meistens, dass man von Dritten das Geld überwiesen bekommt. Aber hier haben wir den Hinweis mit Eingang auf das Bankkonto. Also sehr einfach formuliert. Und es geht um die Miete. Wir haben gelernt, wenn Geld reinkommt, steht die Bank im Soll. Wir haben 2.000 Euro. Und in dem Fall ist Mietprovision mit 2.000 Euro im Haben. Da müsste man sich jetzt überlegen, ob es vorher irgendeine Ausgangsrechnung gegeben hat oder irgendeine Gutschrift, wo die Steuer schon verbucht wurde. Ansonsten würde es 2.400 Euro sein zum Beispiel, dass da die Provision 2.000 ist und die Steuer 400. Das lassen wir jetzt aber weg, weil es wirklich um das Bankkonto und Soll und Haben geht. Also 15. Jänner, Mietprovision, da kann man irgendeinen Text schreiben, wenn man einen hat, um was es geht. Das soll hier nur ein einfaches Beispiel sein, dass wir die Erfolgskonten auch berücksichtigt haben. Wir sehen also, dass es bei der Bank ziemlich rund geht und dass sehr viele Geschäftsfälle sich auf die Bank beziehen. Wenn wir das Ganze vor 30 Jahren gemacht hätten, dann wären sehr viele dieser Situationen niemals über ein Bankkonto gelaufen, sondern dann hätte es sehr viele Kassereinzahlungen gegeben. Und das hat sich jetzt stark geändert und daher ist das Bankkonto auch so wichtig und daher ist es auch nachvollziehbar, dass unsere praktischen Beispiele auf der Webseite in Zusammenhang mit der Bank besonders oft aufgerufen werden. Die Annahme ist, dass das Buchen der Eingangsrechnung Schwierigkeiten macht oder der Ausgangsrechnung, aber tatsächlich ist es das Bankkonto. Und ich habe hier das vorbereitet, also das Konto beginnt mit dem EPK, mit dem Eröffnungsbilanzkonto, mit dem Anfangsbestand aus der Bilanz des letzten Jahres. Und es wird hier automatisch die Summe gebildet und ein Saldo, der dann am Jahresende gegen das Schlussbilanzkonto gebucht wird. Das heißt, im nächsten Jahr beginnt das Bankkonto bei der Situation mit 96.500 Kontostand. Das heißt also, dass man ein wenig am Konto eingebüßt hat, aber das ändert sich im Laufe des Jahres. Es kommt auch darauf an, es gibt dann Jahre, wo man mehr investieren muss. Es gibt Jahre, wo man mehr Erträge hat, je nachdem wie auch die Wirtschaft läuft. Und hier haben wir die typischen Bankauszahlung, Bankeinzahlung. Kunde zahlt, wir zahlen den Lieferanten und dann gibt es Aufwand und Ertrag. Und damit hat man in Wirklichkeit die große Fülle an Buchungen auf dem Bankkonto durchdacht und mit ersten Beispielen auch erledigt. Und ja, ich hoffe, dass das klar war und nachvollziehbar und eine Hilfe ist, zusätzlich zu den Büchern, die es gibt, die Schulbücher. Und gerade die Unsicherheit von Soll und Haben beim Bankkonto ist für viele ein großes Hindernis. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist es relativ einfach. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen weiterhelfen können und danke fürs Zusehen und Zuhören. Ich werde noch die Beispiele für die Rechnungen verlinken und außerdem einen Link setzen auf unsere Wirtschaftsseite, wo wir die praktischen Beispiele auch dargelegt haben. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.